Hallo oder Hallasas oder wie eure Maschinen guten Häusern mal ein bisschen. Also, wir waren mal hängen geblieben mit einer Tote, mit einer Tote, mit einer Tote. So, und dann geht das hier. Wir gehen uns einfach mal in der Heulen an. Nur, indem ich gestehe so viel gezuckt habe. Wir haben heute einen Lappesant mit Zucker weiter. Und... Ey, jetzt kriegst du nur Hähnchen. Cool. Also, dann stopfen wir mal hier ab. Los mal. Da seh ihr die. Oh, ich bin mal Bobo. Da, ähm... Äh, tja, 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 tja. Komm, wie ist das? Komm. Jedi of Death. Weißt du, dass... Nicht gescheite Zeug nicht von Geistes ist, äh... Hellheit oder eine Zeug von Geistesabwesenheit. Ähm... Weil ich jede an die Nachkunft zu gewöhnen von den Schuss. Aber kann man nicht mehr. Nja, nja, nja. Ich kann das immer noch nicht machen. Ich habe nie gesagt, dass ich in Helles bin. Ich habe noch nie gesagt. Ich habe noch nie gesagt. Ich habe noch nie gesagt, dass ich Tanks hin und hinhandrunde, ich klingle die Vanille aus. Pfff. Was ist das? Perfekt. Ich bin nicht sein. Ich bin nicht. Okay. Tape. Warte. schaue ich den Haken, dann rutsch. Lass ihn auf Death. Wie kann ich jurgen die Nase greife? Die sind nicht von dir. Hallo. 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 Ist verirrt. ich wusste nicht dass ich bin das hat die bassin zerstöre ich bin blablabla was soll ich nur zu zerstören lagerzellen ok ich will ich bin zwar nur hier rufen ah cool das ist die meiste hexe also hinlass eigentlich am richtigen level aus hinein es ist noch ein falsches ab an selamund fliege und zieg selamund du schaffst es warte fack den dach kennst den kriegst der schweb ja ich bin schon von uns mit unserem minecraft mark kommt so können Ich spreche ihn nun mit dem Blut. Ich bin bei der Hölle, bleibe mit dem Minecraft-Mark. Hehehe. Ah, ich lasse ihn auch einfach mit dem Base. Das ist die Minecraft-Mark. Stimmt, ja. Ich kann ihn nicht durch Minecraft, hm? Alles klar, und ihr kennt ihn auch direkt durch Minecraft, weil ich, ja. Wenn man so lebt, wird der Schwert zu fallen, ja. Dieser kleine, prachtvolleren Palast, der durch den Dünner gesagt wird. Für mich ist mein klein, gammel Sput, ja. Jaaaah! Apropos Minecraft, ich hoffe, in der neuen Minecraft. Ich vermisse, ja. Ein ausschlagende Bust, ich vermisse. Ja. Und die Info, die ich gemacht habe, und die gilt noch einmal natürlich. Oder lieber. Ich, äh, bauen, äh... Ich mache... Ah! Ich baue, ich mache, ich stoue, ich täte. Ich mache noch Storien, äh, respektiv. Newe-Missionen komplett fertig. Ich schaue immer, ob der Planeten schon so ein bisschen wie spät gestaltet. Aber... Wo steht immer noch im Raum? Weil das heute schon auf jeden Fall abgeholt wird. Ich schätze beim... Demge-Gestalt. Ich mag es wahrscheinlich wahrscheinlich. Ich kann ja... einen Abruf machen, ob... ein Fressebuch, wie sich das gehört. Ähm, dann... Ja, gucken mal, ob ich vielleicht eine Endfahrt kriege oder nicht. Ich hoffe, dass ich eine Endfahrt kriege. Äh... Äh... Ich habe mich zu spielen. Ja. Ne, und dann... So... Es gab mal mein Klang als Dreck, jetzt gar nicht. Jetzt, ich habe noch nicht, drauf. Ich habe noch nicht. Oh, das ist so zeitgegen. Oh, das ist so. Boot ist so. Oh, das ist so? Das ist so. Ich habe mich gesteckt. hier sieht dinge wo ich auch raschenschaft drängt wird aber ich muss also auf lehren und mit martin hat er pasch und was cool so wie ich kann dann sie schmerz zumach sie schützt techniker besiege zerstörer möchte nirg 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 und drübsch franz schweig ein bildschäufe nicht so wie sie die ganz gut publikum sieht ja der beste weiter schiegelst Ich bin fertig. Verteidiger brauche ich nicht. Ich brauche auch nicht, ich brauche. Ich besuchze. Okay. Schließwärts zerstören uns. Schau. Schau, dass wir gerade da hinten sind. Oh, da gibt's zwei Stecken. Geil. Ich konnte doch die Lack noch sehen. Die war so geil. Genau. Zerp. Pyrotaschniker zu machen. Ich sehe da, wie geil das auch fix das geht. Ich brauche auch nicht. Ich brauche Schissgeschütz. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Das sind die Pompter. Nein, nein, nein. So will Papa das hin. Wo sind die verfluchte Geschützen? Hä? Ich brauche nicht. Ich brauche auch nicht. Ich brauche das nicht. Nein! Ich brauche zuerst mal alles. wunderschön geil das entschleunig ist ob personen sie nicht starten und hier die schlaue ich ich erzähle ich dass der künftemisch dodo basis das ist voll ja alles hei komm da gehen wir mal zurück wir haben auch noch zu schütt 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 Oh du Bacla bad, wenn du in die Barsch. Ich kann ja nicht Bacla Barsch. Das ist ja schon mal voll. Du Filio de puta. Ich weiß nicht, dass ich meine Barsch. Schreibt mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wie kann ich das denn? Wir haben ja nicht. Ich kann da hinten unten am besten benutzen. Wuppala. Upsi... Upsipupsi... Ich weiß, ich habe die republikanischen Kanäle abgehört. Sie sind außer sich vor Zorn. Ihr müsst sich schwer getroffen haben. Gezeichnet. Das klingt gut. Es scheint, dass die Republik mit Hilfe dieses Krans einen riesigen Schildgenerator bauen wollte, der weitere Angriffe unmöglich gemacht hätte. Ich sollte anfangen, nach weiteren Zielen zu suchen. Danke für eure Hilfe. Ohne euch wäre die ganze Operation hier zum Stillstand gekommen. Das ist auch nett, Moment. Das ist von High Asset-Kainty gesehen. Trotz der letzte Boss. Das ist von High Asset-Kainty. Das ist von High Asset-Kainty. Das ist von High Asset-Kainty.